Eine riesige Staubwolke hat sich über Nordafrika gebildet und das sagt auch was über unser Wetter in Deutschland aus. Aber schauen wir uns erstmal dieses Riesending an. Die Sahara ist ja tatsächlich einer der größten Staubproduzenten der Erde. Das Ganze erstreckt sich bis nach Arabien. Da sind auch Staubstürme mit dabei oder Sandstürme in Nordafrika. Und auch das Mittelmeer bekommt ein bisschen was davon ab, grenzt ja an. Das heißt, der Sahara-Staub dehnt sich bis dahin aus. Und auch ja beliebte Urlaubsorte sind betroffen, wie zum Beispiel Ibiza und Mallorca. Hier gibt es nämlich Blutregen schon am Mittwoch und auch nochmal am Donnerstag. Auch weiter östlich ist Blutregen möglich. Allerdings gibt es hier hauptsächlich Gewitter. Das heißt wohl eher in den Bergen ein bisschen Blutregen und dann auch örtlich begrenzt. Anders ist das in Spanien. Hier haben wir ein richtiges Regentief, denn es regnet kräftig in Spanien. Das Tief heißt Oskar und zieht nur langsam Richtung Norden. Und das hat was mit unserem Wetter zu tun. Man könnte überspitzt formulieren, solange es Blutregen auf Mallorca gibt, bleibt es sonnig und warm in Deutschland. Denn Oskar zieht zwar nach Norden, aber wir bleiben immer auf der Vorderseite. Das heißt, es gibt ein paar Gewitter und gleichzeitig ist aber der Weg für warme Luft aus Südwesten immer noch frei. Das heißt, bei uns bleibt es erstmal warm und sonnig, solange diese Wetterlage so bleibt. Und das bleibt tatsächlich noch ein bisschen so. Erst ab dem 19. Juni, da deutet sich eine Änderung an in dem allgemeinen Wettermuster. Dann wird es in Spanien wieder sonnig. Bei uns wahrscheinlich wieder ein bisschen regnerisch. Und der Blutregen über Mallorca ist dann auch vorbei. Die besten Feiersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weiser.com.